Hallo, ich bin der Christ, der österreichische Handelsagent von Rome Snowboards und ich möchte euch hier unser Splitboard, das Uprice, vorstellen. Das Uprice ist ein Splitboard mit einem Hammer Preis-Leistungs-Verhältnis. Lässt sich super leicht gehen und ist Hammer beim Runterpowdern. Wir verwenden hier den Free-the-Ride-Kämmer. Ich zeige es immer ein bisschen übertrieben, aber ihr müsst euch vorstellen, ihr habt im Tail eine positive Vorspannung, unter dem Vorfuß eine flache Zone und dann den Rocker in der Nose. Die positive Vorspannung im Tail gibt dem Brettel extrem viel Pop. Ihr könnt extrem viel Speed aus den Kurven generieren. Die flache Zone unter dem Vorfuß macht das Brettel sehr laufruhig, sehr stabil und ihr erreicht dadurch eine sehr gute Eisgräfigkeit. Und der Rocker in der Nose gibt dem Brettel eben einen extrem guten Auftrieb im Powder. Was man hier auch ganz gut sieht, jeweils in Nose und Tail, das sind unsere Bamboo-Hotrods, die hier in den Kern eingelegt werden. Ihr müsst euch vorstellen, dass jeweils in Nose und in Tail zwei Hotrods aus Bamboo eingesetzt werden. Das heißt, es wird hier zuerst der Kern ausgefräst und dann werden hier wirklich so dünne Röhren aus Bambus in den Kern eingesetzt, jeweils in Nose und in Tail. Und das ist auch der Grund, warum das Uprise ein Splitboard ist, das trotzdem extrem viel Pop bietet und ein sehr spritziges, lebendiges Board einfach bleibt, obwohl es ein Splitboard ist. Das Uprise ist ein direktionales Board und ihr habt hier ein Setback von zwei Zentimetern. Das heißt, ihr steht um zwei um zwei Zentimeter weiter hinten am Board. Dadurch, das garantiert euch auch wieder eine leichtere Schwungauslösung und natürlich, weil ihr weiter hinten steht von Haus aus, habt ihr nochmal einen viel besseren Auftrieb im Powder. Am Uprise kommen die Karakoram Ultra Clips zum Einsatz, die super easy zu handeln sind. Das heißt, mit wenigen Handgriffen, zack, ist das Brett auseinandergebaut. Zack, einmal kurz switchen, das ist die Position zum raufgehen. Wenn ihr dann oben angekommen seid, einfach ganz easy die zwei Teile wieder zusammenführen, zusammenschieben, die Karakoram Ultra Clips schließen, hier in Nose und in Tail nochmal die Verschlüsse schließen und fertig. Das heißt, super easy. Also kurz zusammengefasst, das Uprise, ein Splitboard mit irrsinnig viel Pop zu einem Hammerpreis-Leistungsverhältnis. Uprise.